Achtung, Sie fliegen in ein Kampfgebiet. Machen Sie sich gefechtsbereit. Viel Erfolg. Und da baue ich dann einfach frei nach Schnauze, heute Abend. Ja stimmt, die Key ist ein reiner Jäger. Zu viele verschiedene Flugzeuge. Bei den Jägern habe ich immer schon die Meisterschaft. Das bedeutet, ich brauche da nicht großartig irgendwas mehr, um mich anstrengen. Abgesehen davon, wenn ich gewinnen will. Wo sind die? Da. Da habe ich den Brand geschossen. Das ist einer von uns, den brauche ich nicht abschießen. Sondern die sind doch noch mehr gewesen. Da oben. Oh! Wir haben die gegnerische Militärbasis erobert. Ab jetzt sollte es leichter werden. Ne SB. Fluchtkurs. Und ein schwerer Jäger mit Glenthalen. Das ist aber hier war doch noch ein anderer. Da. Da. Das ist die Blente, die er mir da anzeigt. Den da habe ich gesucht. Den anderen SB. Können die nicht mal eine Wasserkühlung in die Maschinenkanone reinbauen. Unsere Militärbasis startet Angriffe auf den Gegner. Das sollte es ihnen leichter machen. So. Da drüben sind die Blende. Ich habe Dinger zerstört und ich habe den Abschuss gekriegt. Sehr geil. Nice. Was muss ich denn noch? Mehr Luft... Ach, ich störe einfach noch mehr Luftziele und dann ist das gut. Danke. Dummerweise ist die Kiste hier nicht sehr schnell. Na ja, gut. Alles kann man noch nicht haben. Die kämpfen alle unten. Weil da oben ist noch einer. 1800 Meter entfernt. Trofim. Eine D6i. Eine angeschlagene D6i. Das gibt es doch nicht. Ich lasse sieben Punkte. Das ist ja fast wie bei... World of Warships. D6i. 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 Militärbasis, Raketen auf uns. Handeln Sie! Okay, du interessierst dich nicht für meinen Beschuss? Bist du AFK? Ah, du bist AFK! Ja, wenn man eine Waffe nicht überhitzt, dann hätte ich den Kill bekommen. Das ist okay. Ich spiele ja nicht, um Punkte zu bekommen. Ich spiele ja, um Spaß zu haben. Ich spiele ja nicht. Ich spiele ja nicht. Ich spiele ja nicht. Ich spiele ja nicht. Ne Bristol mal wieder. Wenn ich von Fliegern getötet werde, dann sind es Bristols. Ich habe immer noch kein Randabzeichen bekommen, ist ja schade. Ja, jetzt habe ich eine Randstufe 5-Jährige bekommen. Der Sieg ist nah. Das war's. Ab jetzt ist kein Durchkommen zu Ihnen. Sie sind auf sich allein gestellt. Zum Glück habe ich einen funktionierenden Flieger. Das war's. Oh, der andere kommt da oben. Ach, die Brüssel wieder, meine Erzgegner. Eine Nemesis. Ah, hab mich gerecht. Sehr schön. Ja, der Premium Flieger hat ein paar Punkte mehr bekommen. Rache wird kalt genossen. Wichtig. Natürlich. Das war's.